Was macht denn der Löwe dahinten? Ist das denn mal hilft? Ah, war nur die Kette. Ach, der hilft sogar. Kann der Funde ausschieben? Oh oh, irgendwas ist hinter mir. Oh, jetzt rollt der Schuss um. Wer lernt schneller noch? Hoffentlich nicht er. Das war's für uns. Los hier! Okay, nicht zu. Mist, hätte er weiter nach links fahren müssen. So, mal gucken, ob es zu 85 fertig ist. So, und wie viel brauch ich noch? Ah, erforschen. Und gleich kaufen. Ähm. 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 Wie teuer werden das? Ne, brauch ich nicht. So. Ähm. Das ist geschützt. So kann ich das darunter tun. Das da benutzen. Muss ich es nicht nochmal kaufen. Muss ich es nicht nochmal kaufen. Das ist dasselbe Motor. Ne. So. So, auch vom Gerät noch. Ähm. Zwei davon weg. Zwei. Zwei. Benutze die zwei eigentlich nie. Aber für Notfall. So, mal schauen wie der sich spielt. Wenn es was findet. Wenn es was findet. Deutschen Zwei. So, mit Wenns ... closer. Ui, dreht die sich langsam. Ich habe ja noch nicht die guten Ketten. Huch, kommt der jetzt auf zu schieben. Ich habe ja noch nicht die guten Ketten. 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 So, wie long nehme ich eigentlich jetzt schon auf? Ja, über eine Stunde. Das wird nicht schön. Naja, wohl. Oh, noch begegnungsfähig. Los geht's! Ha. Nee. Das Geschütz ist nicht so viel reich für Weideverhandlungen. Sonst hätte ich mich vielleicht da irgendwo hingestellt. Aber nee. Das Geschütz ist nicht gut genug. Hm, hat er da hinten? Nee. Ich hab zwar eigentlich keine Chance gegen einen von denen. Eins gegen eins. Aber ich bleib mal lieber bei... Bleib ich halt lieber bei denen da. Na, lieber rechts. Das ist schon einer. Ist das schon einer? Ist das schon einer? Das ist schon einer. Da würde ich wirklich da hinfahren? Bewerbungstreffer, die Kette verloren! Wir sind bewerbungsfähig! Benzintrank getroffen! Jetzt habe ich ihn auch geladen, wo er wieder dahinten ist. Er hat doch schießt hinein. Der ging voll durch Ihre Panzer um! Wir sind erledigt! Los hier! Oh, da war noch eine! Oh, sogar zwei! Hä? Wie hat denn der mich von dort getroffen? Achso, da... Wie hat der mich getroffen? Ein Stück hat rausge... Boah!